Ab dem 10. Oktober 2016 ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Frankfurt. 2007 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über eine Gästetoilette. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 166 qm. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 2.790 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.